Hey Leute und herzlich willkommen bei Tragensang Online. In dem Video werde ich mich mal um diese ganzen Geschenke hier kümmern. Natürlich die grünen Sachen werden wir nur verkaufen. Und am Ende des Videos werde ich dann noch... Ich habe ja hier noch so einen 22er Damage Stein drin. Und wir haben ja eh das Juwel der Aufwertung. Das heißt wir können hier oben noch einen weiteren heiligen Rubin hinzufügen. Ich werde mich natürlich mit diesen Geschenken jetzt nicht allzu lang aufhalten. Da sind ja eh meistens nur grüne Items drin. Deswegen werde ich die jetzt schnell anklicken und jeweils verkaufen. Ja das werde ich natürlich jetzt ein bisschen schneller machen und mit Musik unterlegen. Und ja wir sehen uns dann gleich wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. We are lost in this world of stone Driven to the edge of the unknown But the fire in our souls It'll burn bright to the end of days We are not afraid to fight We are not afraid to make a stand We'll make a stand We are not afraid to fight We are not afraid to die We are not afraid to fight 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 so ein krater weiß allerdings auch nicht warum so wir können jetzt erstmal etwas zusammen kaufen das kostet ja auch nicht viel es kostet ja nur acht andere mann acht gold im endeffekt man schon zu viel verkauft ja bei dem spiel oder so muss man die karte mal resetten dann muss man einfach mal irgendwie so etwas schließen was internet verbraucht aber eigentlich habe ich ja auch gar nichts offen so manchmal hat man doch ein bisschen mehr waffen trainer aber ihr seht ja schon hier sind die waffen hat auch nicht so vorrangig dabei es ist halt beim dk auch ein bisschen fies ja bei den anderen klassen ist entweder kurz oder lang bogen halt drin oder eine einhand oder zwei hand büchse also knacher oder büchse oder man hat halt eine route oder ein stab auf level 50 heißen die ja beide stab und großstab beim mage quatsch und dann beim was haben wir noch was habe ich gerade für eine klasse vergessen ja haben wir alle schon genannt ja und bei dk ist natürlich so ja da hat er die waffe und die waffe und die waffe und das sind dadurch dann am ende bisschen verwirrend was man denn da jetzt schon genau so hat im endeffekt so jetzt mal wieder eine 200 zweihandwaffe gerade eben gefunden jetzt geht es natürlich weiter mit violetten geschenken davon haben wir natürlich auch nicht allzu viele und da gucken wir uns jetzt auch jedes item mit im effekt an weil hier kann doch schon mal was interessantes dabei sein gerade so eine bessere hand könnte dabei sein naja mal gleich mal so eine zweihand axt können wir dann auch gleich wieder zusammen kraften gut eine groß axt rausgekommen das freut mich immer ein bisschen mehr als so eine normale kleine axt ja da müssen wir mal ein bisschen gucken hier wie wir das so gestalten weil geht natürlich dann auch nicht mehr alles so krass gut zu ordnen dass die alle übereinander oder untereinander sind ja natürlich bringt uns das ja wieder ein paar kleine klüfen ein klaus item werden wir natürlich nicht mehr kriegen das heißt es war ja bloß so eine kleine provisorische idee von mir ok jetzt wurde ich gerade noch auf skype angeschrieben obwohl ich es gerade also ist natürlich am handy immer noch aktiv ähm ja weiter geht es hier mit geschenken natürlich wird es dann am ende etwas spannender die äh normalen geschenke also die die quatsch die goldenen geschenke aufzumachen weil ja dort immer legendäre drin sind auf jeden fall werde ich davon auch noch mal richtig viele fahren da habe ich mich jetzt noch ein bisschen dezent zurückgehalten fehlt natürlich jetzt gerade auch ein bisschen an essenzen für den boss aber die kann man sich auch wieder erfarmen so so naja haben wir ja zwei panzer dabei so haben wir natürlich ja gut da können wir auch mal zwei waffen und zwei panzer zusammen craften weil wir ja noch einen besseren damage panzer brauchen ja ist ein panzer ausgekommen brauchen wir bloß noch drei items dann können wir schon wieder was öffnen dann können wir natürlich mal gucken wir haben jetzt wieder 1300 essenzen also das sind auf jeden fall schon essenzen drin ne ja so kann man natürlich wieder auf ähm essenzen kommen am ende und ja was wollte ich noch machen ich wollte jetzt noch einmal sagen und zwar ja soll ich vielleicht dass wir so körpers orange färben weil es ist nicht allzu hell aber es ist denke ich mal relativ edel oder soll ich das nicht machen das wäre mal noch so eine frage an euch und jetzt müssen wir natürlich noch den stein austauschen und da gucken wir uns erstmal unseren alten schaden ja taschenrechner kann man auf jeden fall notizen machen das ist auch so eine tolle sache dann alten schaden an 4.230 bis 5.168 der hat sich ja beim letzten mal schon fast ähm parallel verbessert 1.800 bis 1.400 ja das ist waffe und grundschaden und jetzt werden wir im endeffekt den juwelier der aufwertung hier oben benutzen können wir die farbe auch erstmal hier rein tun die pads werden wir schon noch irgendwann los werden ja und jetzt äh nehmen wir im endeffekt aus dem lebensbewahrer den stein raus und hier nehmen wir noch einen stein raus ich hab die auch gerne ein bisschen geordnet deswegen nehme ich gleich noch ein paar mehr raus und jetzt kombinieren wir im endeffekt mit dem juwel der aufwertung einen weiteren heiligen stein und die setzen wir jetzt natürlich ein und jetzt haben wir im endeffekt 1.100 bis 1.416 also der maximalwert und der minimalwert sind dadurch angestiegen aber das ändert sich natürlich jetzt nicht so drastisch weil 4.276 na gut beim normalen schaden beim normalen schaden kann man schon ein bisschen mehr verzeichnen hier sind es natürlich bloß bloß 15 im endeffekt bis 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 16 und hier oben sind es plus 46 Schaden bis 32, 42, 46 Schaden, also nochmal 46 dazu. Dürfte ich mich theoretisch nicht verrechnet haben, ist ja plus. Na Mensch. Vorhin hat man gleich viel zu schnell aufgemacht und jetzt hat man ihn gar nicht gefunden. Ja genau, also nochmal 46 Minimal und maximal Schaden mehr und plus 15 bis plus 16 bei der kleine, also hier bei der Waffe halt. Und wie gesagt, es ändert sich natürlich nur drastisch, wenn man das hier alles aufwertet. Es kostet aber 14 Millionen, wir haben jetzt wieder 1,7 Millionen. Es wird schon noch ein bisschen dauern, bis da was passiert. Ja, ansonsten wäre es das eigentlich auch schon wieder. Hier könnte eigentlich, denke ich mal, auch mal wieder ein neues, ähm, ja, neues Angebot bekommen, äh, kommen allgemein. Könnt ihr mal gucken, wie viel Damage wir jetzt so haben. Okay, und wie viel Damage wir mit unseren Schadensschuhen haben. Okay, 5266, ist auch nicht allzu schlecht. Und dann würde mich ja mal noch interessieren, wir haben ja natürlich hier mehrere Pets. Das Fliegerhühnchen ist zum Beispiel hier, welches halt so aussieht und 8% mehr Attack Speed gibt. Das ist natürlich schon viel. Dann haben wir hier noch den Käfersummer Chabax. Der gibt uns 6% mehr kritische Trefferwertung. So sieht der aus. Professor Doktor Jullov haben wir auch noch hier. Der sieht so aus, ziemlich verrückt. Ja, den gruseligen Körbiskopf kennt natürlich auch jeder. Brauchen wir auch nicht mehr großartig zeigen. Was mich zuletzt jetzt noch interessieren würde, wäre natürlich dieses 5% erhöhter Schaden Pad. Was das denn nun so für einen, für eine Damage-Erhöhung ausmacht. Ach, sehr gut. Da ist noch ein Rechner, brauchen wir uns. Ja. Na hier oben, Editor. 4.276 bis 5.214 und wenn man dieses, ja, maximieren wollte ich auf jeden Fall, wenn wir das tolle Pad reinmachen. 4.406 bis 5.372, also 4.406 bis 5.372 und es ist jetzt schon ziemlich spät in der Nacht. Ich habe jetzt keine Lust zu rechnen, sind 130 minimal und 158 maximal Schaden mehr. Und, ja, wenn man da jetzt so auf Tank-Modus geht, kann man das, denke ich mal, auf jeden Fall schon nehmen. Dieses Pad, das könnte man sich schon holen. Ähm. Wenn man es jetzt normal mit der 5%-Regel ausgerechnet. Gucken wir auf welchen Wert man da gekommen wäre. Ob das so krass abweicht. Abweicht. 4.489, ja, da kommt man schon ein bisschen zu hoch, sage ich mal. Merkt man und 5.2014, na, 5.2014. Ja, da kommt man auch auf jeden Fall ein bisschen zu hoch. Da muss man auf jeden Fall ein paar Sachen abziehen. Hm. Ach. Ich habe schon noch da verdrückt. Ja, so ungefähr, wenn man da von der Hälfte nimmt von dem Prozent oder, sagen wir mal, mit 3% dürftest du, denke ich mal, ganz gut kommen. Ja, mit 3% kommst du da ganz gut bei der Rechnung. Und auch hier sind wir relativ nah dran, also könnte das so errechenbar sein, indem man die Prozent noch ein bisschen 2% abzieht. Da hat man mit mir geschrieben. Pew, pew, kenne ich natürlich auch. Ja, was welcher mir natürlich auch gefällt, ist dieser gehörnte Feuergnom, den finde ich auch geil. Vom Aussehen her, der gibt halt trotzdem auch bloß 5% schnellere Laufgeschwindigkeit. Hätte ich mir auch gerne ein bisschen mehr gewünscht, dafür, dass er 5.000 Gold kostet, zumindest so 7 oder 8% wäre nice gewesen. Aber, ja, natürlich kann man nicht alles haben. Und, äh, Event wollte ich noch was dazu sagen. Ähm, auf dem schweren Modus sind wir keine Unix getroppt. Ich finde die sowieso jetzt nicht allzu geil. Aber, das ist natürlich an sich Sache, aber es ist wirklich der Bonus und allgemein die Werte. Ich meine hier, diese Waffe hat so wenig Damage, die könnte Level 35 sein oder so. Ähm, und, aber war Golf schwer trotzdem. Ich habe auf jeden Fall immer ein legendärisch, das finde ich gut. Was man natürlich sagen muss beim normalen und beim schweren Modus allgemein, dass die Mondheuler jetzt viel zu viel aushalten. Also, wenn die so viel aushalten würden, wäre auch nicht unbedingt so schlimm. Aber, sie lassen sich nicht mehr stunnen. Man kann keine Rüstungssenkung mehr auf sie machen. Und das ist natürlich richtig dumm, finde ich persönlich. Weil, wenn Wargolf mit blauen Essenzen und einer Rolle für mich 4, 5 Schläge benötigt, das wäre schwer. Und im normalen Modus, äh, Quatsch hier, und die, ähm, Mondheuler brauchen dort übelst lang oder so. Dass man da, vor allem die ganze Zeit, kriegt man ja natürlich auch noch die Sachen geklaut. Und, ähm, die Wut oder die Mana, alles Mögliche, ist natürlich auch nicht allzu geil. 19 bis 37 Schaden, was hat unsere drauf? 34 Schaden, ja, da sind wir schon mal gar nicht so schlecht. Aber, naja, gut. Das wär's dann erstmal aus der Welt von Tragensang Online. Bis dahin. Oh, zu lange gewartet. Scheiße. Ah, wieder zu lange gewartet. Was ist denn los hier? Vorzeigeeffekt oder was? So. Jo, das wär's aus der Welt von Tragensang Online. Bis dahin. Tschüss, euer Zadas. Und der Mensch erschlug das Tier und es ging ein in Belias' Reich. Xadas.